Also, wenn ich Probleme habe, mich zu entscheiden oder wenn ich mich innerlich angespannt fühle, verändere ich einfach mal meine Einstellung zu allem. Ich gehorche nicht, wenn jemand spricht. Ich bin voller Groll. Ich schubs die Tür, wenn Zin dran steht. Ich mach nie, was ich soll. Unsere Welt ist krank. Sei anarcho, mach den Punk. Sag ja, sag nein. Wie es ist, soll's nie mehr sein. Unsere Lehrer sind das Letzte. Immer lernen sie nur Mist. Lass sie spüren, welche Antwort die einzig Wahre ist. Unsere Welt ist krank. Sei anarcho, mach den Punk. Sag ja, sag nein. Alles nur nicht freundlich sein. Sag nein. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Hey Leute. Und? Wie fandet ihr's? Ich hab jetzt...